Warte mal kurz, kurz tippen. Das war so klar! Zurecht, zurecht, du hast zurecht. Geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin, ich hasse dich, ich hasse dich. Zurecht, Micha, zurecht, absolut. Warum redet niemand mit mir? Lara, hi! Ist schon okay, ich wurde eben auch schon die ganze Zeit geredet. Ich denke immer, ich bin tot, man hört mich eh nicht. Verdammt! Was? Was? Was passiert jetzt? Was passiert hier? Na, Epoch? Wie ist es an Camps? Äh, cool. Fühlt sich gut an. Ja, darf ich das noch länger enjoyen dir? Ne, leider nicht. I'm sorry. Oh, da war gerade ein kurzer Leck, was ich mitbekommen habe. Hä? 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 Ich glaube, der Kill ist schon älter, also 20 Sekunden mindestens. Ja, aber lass uns das halt so betrachten, es ist nur Micha. Theoretisch können wir es geben. Ja, okay, das ist egal. Ja, okay, cool. Ich mochte Micha. Ich bin anders scared gerade. Das war gut, Luca. Ich bin anders scared gerade. Tut doch mal was. Hä? Hä? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt wirklich nicht wahr. Das warst du nicht der Ronja-Theorie, Luca. Ich hasse das. Wer hat Ronja? Wusstest du, dass Geister nicht die Nase jucken kann? Also, wusstest du, dass das nicht geht? Ich wusste es, ich wusste es. Warum sind wir jetzt gerade Instant eigentlich? Hä? Es war doch nur Phoenix. Ja. Okay. Ich gehe electrical. Willst du mich da töten? Ich kann mich auf Sven stellen. Das ist richtig obvious. Ja, okay. Stell dich ein bisschen mal auf Sven. Ja, okay. Lass mich kurz die Task machen, weil die fuckt mich ja. Ja, okay. Ich warte hier. Ich gucke, dass keiner kommt. Du kannst noch Lines machen. Dann ist es noch besser vom Timing her. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, mach kurz Lines. Ich fern mich hier hin. Ja, okay. Mach mal. Nein. Doch. Nein hat er nicht. Doch. Ich würde gerade schon Geld bezahlen, wenn jemand Cap an Camps töten würde. Einfach, ich würde einfach weggehen. Alles klar. Wir haben ja Flo rausgebautet. Keiner vor mir war. Oh, hier liegt niemand. Hier stehen nur Leute. Das ist jetzt leicht asozial. Willst du mich ficken? Willst du mich ficken? Gumi und ich sind Scan Buddies und ich vertraue ihm meinen rechten Hoden an. Ich vertraue ihm meinen linken an. Wir sind Hoden Buddies. Ich bin sowas wie der Reaktor-Gott. Nennt mich Uranium und nicht, weil ich mich einpinkel. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Kann jemand drücken eigentlich? Dankeschön. Dann ist es wirklich Skybreaker. Könnt ihr bitte jetzt? Ich werde es. Oh, hey, hey. Wo bist du? Ich bin hier bei Mad Bay und ich habe gescannt. Soll ich rüberbänden? Ne, mache ich. Zwei sind unten. Der ist neben mir gestorben. Ähm, ja, also ich denke, wir können Flo boten. Nein, Gjix ist die zweite, die hat Self-Report. Was geht, Camgirl? Pumi? Ja? Da wurde doch gerade gekillt. Komm mal mit. Was? Was? Wo? Wurde doch safe gerade gekillt. Wir gingen doch die Doors zu. Ne, okay. Ich habe mich vertraut. Aber... Perfekter Kasten! Oh ja, perfekter Stroh... WC? WCF? WCF? Ähm, da fällt mir ein, ich muss mich in ein Werk-Tor schmeißen. Sieht das für euch auch so bequem aus wie für mich? Also... Hat... Hat... Hat Quantum bei euch einen Hut? Ja, mach nicht mehr. Ne, Quantum wird Kasten. LOL! Alter! Ja, imagine jetzt jemand an... äh, Double Kill. Imagine. Stell dir das mal einfach vor. Ja, das wäre... Und das wäre übel wild. Das wäre so wild, wenn die jetzt Double Killen würden. Sieht das für euch bequem aus? Ist es... Ist es bequem für euch? Hä, ich habe doch nichts gemacht. Ich habe ganz normal Blocking gewartet vorher. Ich habe vorher Blocking gewartet. Ich habe vorher Blocking gewartet. Na pff, Lady... Hä, aber wer soll... Ja, weiß ich doch nicht. Der zweite Imposter. Ich brauche ich mal als Ernst. Ey Felix, weg. Der Weg ist nicht schneller. Hör doch auf zu spielen! Wer spielt daran rum? Hör doch auf, an meinem Schalter zu spielen. Das macht mich nicht an. Das ist eh Worte. Nein, nein, das ist doch... Ich... Ich... Alles im Rahmen. Wer... Hä? Nein, du musst doch Lenny gewartet haben. Ne, habe ich nicht. Hä? Dann vote jetzt Blocky. Und nicht Milch. Okay. Egal welcher Kuh-Mate hört auf zu hinten. Der wartet schon wieder. Das ist ja verrückt! Wie ist das jetzt passiert? Hör doch mal! Hör doch mal! Hör doch mal! Hör doch scheiß troll, ey! Ganz allein fang ich sie mir. Ich kann halt die Gefahr! Was? Durch die Tür! Durch die Tür! No way! Was ist Kleingrün und dreckig? Ähm... Was? Das ist jetzt aber sehr mutig, was du hier raushaust. Also wir Grünen halten zusammen. Egal was passiert. Egal was passiert. Ähm... Damit du rutschern kannst. Oh. Aber warum sollte er reporten, wenn er von einem Doppelkill ausgeht? Das Licht ging geradeaus. Kann sein, dass hab ich doch gesagt, dass ich es nicht gesehen habe. An GigiX2 weißt du das? Hm. Weil ich stand mit Zoe, Yatado und Simson in Atmen auf dem Vent. Und da habe ich vorher Anno, Mo und Molly gehört. Aber warum sollte ich... Wenn ich damit durchkomme, Alter. Du guck mal, du weißt, dass wir Molly, Mo und ich geredet haben. Warum sollte ich dann auf einmal vor Mo killen und dann noch... Hä? Weil ihr beide seid, hä? Ihr habt halt nicht kommen sehen, dass ich von rechts von Shields komme. Woten wir jetzt, oder? Ich hab Anno gewonnen. Ich hab Anno gewonnen. Also für mich sind Anno und Mo verdächtiger als Pumis, wenn beide auf einen schießen. Was ist das? Hört ihr, oder? Oh. Ah, wirkt doch. Hört ihr. Oh. Hört ihr. Hört ihr, dass wir damit durchgekommen sind. Ein paar Sekunden später. Hey Flo. Hier sind zwei. Die Security sind zwei gerade. Okay. Okay. Macht ihr jetzt Double Kill, Säure und Pummi? Keine Ahnung. Sollen wir? Ich hab's noch besagt und dann lag's. Spannende Nummer, Alter. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Are you fucking serious? I... Ich fall vom Glauben ab. Ich werde vom Glauben abfallen. Ich fall vom Glauben ab. Also Keksi ist ja... Also Keksi wirklich. Also Keksi wirklich. Der ist 80% nur noch fucking Butter in der Birne. Wirklich. Hallo, hallo, hallo. Gucken wir schnell. Hallo? Ne, keiner. Gleich geht Rektor an. In... 5... 4... 3... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 2... Vielen Dank.